Hey Leute, ich bin Elle. Willkommen auf meinem Channel. Findet ihr mich sexy? Danke, dass ihr meinen Channel abonniert habt. Wenn euch das nicht gereicht hat, können wir eine Privatshow vereinbaren. Ich bin spät dran. Fräulein, Charlize Konzeption, danke, dass ihr es endlich hierher geschafft habt. Hallo Mama, ich hab dir etwas Geld geschickt. Dein Job bringt doch ein gutes Gehalt ein, oder? Schick einfach mehr Geld. Guten Abend, Herr Lehrer. Ist das nicht das, was du willst? In deiner Fantasie bin ich noch eine Schülerin, oder? Anfang nächsten Monats wird die Website nicht mehr erlauben, was wir bisher getan haben. Guten Abend, Big Man. Sind Sie Big Man 88? Das ist meine Adresse. Sie kommen nach dem Unterricht zu mir. Und tragen Sie eine Uniform. Versprechen Sie mir bitte, dass ich Ihren Kurs bestehen werde. Geht klar. Ganz für mich, Charlize. Danke, dass ich Sie nochmal sehen darf, Herr Lehrer. Was? Kannst du noch so? Das! Schön, dass du wach bist. Hi, ich bin Elle. Findet ihr mich sexy? Oh, okay. So kannst du jetzt nach dabei.